Ich bin gespannt. Oh, hier sind ganz viele kleine Katzen. Ich bin gespannt. Was ist der erste Teil? Herzlich willkommen bei Find All. Mal schauen, was wir alles finden müssen. Ich denke mal, da ist ja das jemand. Ein Waschbär. Wunder. Wir starten the game. Oh Gott. Zehn Katzen, sechs Hunde und Kakteen. Kann ich hier rein zoomen? Kann ich... Ist das mein... Okay. Wir finden alles. Hier. Krokodil. Will ich anklicken. Und hier hat jemand Post bekommen. Aha. Vögelchen suchen wir aber nicht. Gut. Keine Vögelchen. Oh, guck mal hier. Da. Der macht Loki Loki. Kann ich aber hier... Guck mal, ist das alles hier drin? Alles hier? Kann ich das nicht irgendwie hin und her bewegen? Nee. Hä? Hier ist ein Ei. Ah, ah! Okay, ich kann es doch bewegen. Ja gut. Kann ich rausruhen? Warum kann ich denn nicht rausruhen? Komische Nachrichten. Okay, aber ich würde ganz gern rauszoomen wollen. Warum kann ich denn nicht rauszoomen? Ich möchte ganz gern rauszoomen. Wir haben sehr... Ja, ja, ich habe es gerade gemerkt, dass ihr sehr laute Mosi habt. Besser? Spesser? Also, ich kann das schon, aber ich kann nicht rauszoomen. Warum kann ich denn nicht rauszoomen? Timer. Nee. Oh nein! Start. Aber er hat es sich gemerkt. Immerhin. Warum kann ich denn nicht rauszoomen? Hier sind Briefe. Warum kann ich denn die Briefe nicht öffnen? Okay, also generell Katzen sind 100, aber ich muss halt noch irgendwie andere Dinge. Guck mal, es ist Hedwig. Das ist der Wuffi. Okay. Ich habe hier einen Schlüssel. Ich will das Eis anklicken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das brauche. Okay, wir haben schon mal 10 Items gefunden. Okay, es ist ein bisschen anders. Das Spiel hier versteckt sich jemand. Hier sind Eier. Mir kommt so vor, als könnte ich so vieles anderes anklicken. Hier ist auch noch ein Wuffi. Hier versteckt sich auch jemand. Aber wir haben 100 Katzis und zwei von diesen gefleckten Katzis. Das sind doch Briefe. Warum kann ich denn diese Briefe nicht nehmen? Und hier diese Eierchen hier. Hier ist ein Apfel einfach. Hier ist ein Schlüssel nochmal. Bist du eine Katze? Nein. Du bist aber eine. Und du bist ein Kaktus. Guck mal, der bewegt sich von einem Haus zum anderen. Die sind auch überall. Ich bin irritiert. Die Bims irritiert. Okay, hier waren wir ja schon mal. Da ist noch eine Blume. Oh nein. Wirklich? Oh, das ändert sich da unten. Das heißt, ich muss das mehr als einmal durchgehen. Das macht doch aber meine Logik kaputt. Wo sollen denn hier 100 Katzen sein? Bitte schön. Das Bild ist schon wieder zu Ende. Find all cats. Ach nee. Insgesamt 100 Gegenstände. Ah. Insgesamt 100 Gegenstände. Ja. Aha. Okay. Deswegen heißt es auch find all. Jetzt verstehe ich das. Okay. Okay, okay, okay. I got it. Also, ihr seht gar nicht meine Achievements, die ich hier kriege. So. Jetzt könnte ich nämlich auch sehen, was man hier für die Achievements kriegt. Ein Krokodil. Ja, wo ist denn dieses Krokodil da? Hufeisen. Hier sind Hufeisen drin. Okay, wir brauchen zwei Hufeisen, neun Vögel und Laternen. Ja. Okay, das macht meine komplette Logik, wie ich durch diese Suchbilder gehe, komplett kaputt. Hallo Neon, danke für deinen Bit. Neue Woche, neuer Bit. Ah, so lobe ich mir das. Was sind denn hier? Ach, hier ist eins. Schau mal eine an. Das ist keine, aber das ist ein. Du bist doch ein Vogel. Find all thems. Okay, aber du bist ein Vogel. Dann bist du es halt nicht. Du bist ein Vogel. Der guckt so traurig hier. Du hast da. Ist auch noch ein Vogel? Ah, Sternchen. Sternchen. Oh, jetzt müssen wir auch noch Sternchen finden. Oh, das kann ich mir doch gar nicht merken. Mein Hirn macht das doch gar nicht mehr mit. Wo haben wir hier denn Sternchen? Da ist ein Stern. Sternchen, Vögelchen. Und Hufeisen. Du bist kein Hufeisen. Wie geht's dir, Neon? Was macht Schleber? Das Auto hatte doch ein Sternchen. Aha. Okay, das färbt sich dann ein. Ach, cool. Das färbt sich dann alles ein. Dann ist es ja nicey nice. Das mag ich. Okay, Konzentration. Ein Hufeisen, drei Vögel, ein Stern. Da. Das Sternchen hatten wir. Waschbären. Jetzt brauchen wir die Waschbären. Okay. Ein Hufeisen, Vögel, Waschbären. Hufeisen. Du bist auch ein Vogel. Da ist ein Vogel. Vogel, Waschbären. Was ist denn hier dieser? Da, da ist einer. Aha. Wo war denn der, der hier durch die ganze Zeit durchs Fenster gelaufen ist? Da oben ist auch noch einer. Da oben bist du auch noch einer? Ja. Hier ist doch irgendwo einer die ganze Zeit durchs Fenster gelatscht. Ach, da oben ist der. Wollen wir noch zwei Vögelchen? Ein Hufeisen. Da haben wir noch ein Vögelchen. Waschbär. Den hatten wir ja schon. Den hatten wir auch. Warum kann ich den nicht rauszoomen? Das ist ein Chamäleon. Da ist ein Vogel. Okay. Fünf Eier. Eins, zwei, drei. Vier. Da ist ein Hufeisen. Das ändert sich die ganze Zeit. Oh, geleckt. Okay, gut. Einfach mal geleckt. Da. Da ist auch noch das Ei. Ein Eichhörnchen. Eins Eichhörnchen. Das hatte ich doch schon vorhin irgendwo gesehen. Ich habe, glaube ich, alle schon einmal gesehen. Aber wo ist denn hier der letzte Waschbär? Verdammt. Das ist ja eine Maus. Das ist eine Maus. Der Film ist auch da. Fünf Mäuse. Fünf Mäuse. Verdammt. Where is the Waschbär? Da ist noch eine Maus. Schaufeln. Jetzt brauchen wir Schaufeln. Okay. Da war noch mal so ein Sandsack. Wo ist denn hier der Typ mit den... Oh, du hast doch hier Säcke. Aha. Okay. Jetzt brauchen wir hier solche Bierkrüge. Ich habe immer noch nicht den letzten... Also der... Der triggert mich hier, ne? Schaufel. Piesen. Das ist aber ein Chamäleon. Ich habe ihn ja gefunden. Ist das einer, der sich versteckt und ab und zu mal zeigt? Da ist noch so einer. Flaschen, jetzt noch Flaschen, okay. Hätte ich schon mal eine gesehen. Was ist denn dieser verdammte Waschbär? Wer ist der Waschbär? Das ist aber fertig, wie es aussieht. Die Masse haben wir ja auch gefunden schon. Da war noch ein Krug. Jetzt müssen wir die Äpfel finden. Jetzt sind die Äpfel dran. Es fehlt noch zwei Flaschen und der Waschbär. Wo ist denn der Waschbär? Den haben wir. Ist ja aber auch nichts vorlucken oder so. Den haben wir ja gefunden. Der da vorlugt. Kann ich hier irgendwas öffnen? Haben wir noch einen Apfel? Ich höre jetzt hier aber auch nichts, ne? Da! Haha! Ah! Gottes Willen! Und der war aber gemein. Guckt der ab und zu hoch? Kommt der auch mal nach oben? Ne, der ist da einfacher. Wie gemein! Jetzt brauchen wir Äpfel, eine Flasche, Flaschen und Kerzen. Äpfel, Flaschen, Kerzen. Äpfel, Flaschen, Kerzen. Das sind aber keine Flaschen hier, die hier so getan werden, ne? Da ist eine Flasche und die ist aber auch gemein versteckt. Äpfel, Flaschen, Kerzen. Äpfel, Flaschen, Kerzen. Was brauchen wir? Äpfel, Flaschen, Kerzen. Äpfel. We have a apple. Ah, da ist eine Flasche. Wir drücken die Flasche da oben hin. Jetzt brauchen wir hier die Schlüssel, ja? Jetzt auf einmal. So. Ich mache das jetzt hier erstmal weiter mit Äpfel. Wenn ich jetzt ein paar Schlüssel finde, auch okay. Ich weiß, dass irgendwo hier drüben noch ein paar Schlüssel lagen. Äpfel, Schlüssel, Kerzen. Äpfel, Schlüssel, Kerzen. Da ist ein Schlüssel. Ah, der andere ist irgendwo hier ganz nach links. Okay, ich gehe wieder zurück. Bei denen habe ich da. Ach, jetzt auch die Chamäleons, ja? Jetzt auf einmal hier. Bitteschön. Und da. Die waren einfach. Wiesen. Okay. Jetzt machen wir hier endlich mal weiter. Ich muss jetzt hier mal langsam. Da ist noch ein Apfel. Apfel und Kerzen haben wir nämlich noch. Und jetzt brauchen wir Besen. Da ist ein Besen. Das sind doch Kerzen hier. Aha. Sogar alle. Jetzt wollen sie auch noch Briefe haben. Jetzt wollen sie auch noch die Briefe haben. Da war einer. Da haben wir immer noch die Äpfel. Äpfel, Besen, Briefe. Das ist voll verwirrend für meinen Kopf. Ich brauche Struktur in meinem Kopf. Aber immerhin haben wir oben jetzt, wie es aussieht, schon alles fertig. Ansonsten hätte sich das bestimmt nicht eingefärbt. Versuche ich mir jetzt gerade logisch zusammen zu reimen. Äpfel, Briefe, Besen. Äpfel, Briefe, Besen. Wir brauchen noch zwei Äpfel. Okay, die hätten wir. Eine Euler, die ist drüben. Das weiß ich ganz genau, weil ich vorhin schon angeklickt. Hier haben wir noch den Brief. Einen auf jeden Fall. Da hätten wir... Oh, schau mal einen an. Oh, 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 oh. Wir haben es geschafft. Wow. Finish the game in 30 minutes. Kann man das noch schneller schaffen? Halt, stopp. Wo ist ein Steam? Gib mir Steam, ich muss gucken. Ob ich alle Achievements bekommen habe. Das will ich jetzt ganz kurz nachschauen. Weil sonst müssen wir jetzt halt noch Find All 2 finden. Bibler Decker. Das da. Habe ich alle? Nein, habe ich nicht. Mir fehlen vier. Aha. Ausstehende Errungenschaften. Was steht mir denn noch aus? Das kann man, das Spiel kann man in 5 und 10 Minuten. Wow, okay. Ich bin relativ schlecht. Weil 30 Minuten war 1. Man kann es noch in 15. Ich könnte generell den Timer noch nutzen und 10 Minuten. Aber okay. Dann machen wir jetzt einfach Gechingt. Jula hat gezingt. Dankeschön. So. Relativ witzig. Okay, ich habe das Spiel verstanden. Wir machen jetzt Find All 2. Einfach nach. Ich bedanke mich hier erstmal beim Zuschauen von Find All 1. Die